hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play fifa 18 spieler karriere und wir haben heute das top spiel gegen vfr allen tabellen erster gegen den tabellen vierten was ich vorher erstmal noch machen muss ich wollte jetzt wieder selber kommentieren das heißt ich muss auf die einstellungen dann auf audio die französische kommentator aus selber labern ja und wieder meine wages hören 6 min weltklasse das team der saison müsste auch bald zu ende sein glaube ich kann ja gleich mal grüß mich nicht ja willst du mich haben ja rück mir durch juhu wachst du mich raus du ee ne oh scheiße aber wir müssen etwas ausprobieren juhu 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 egal in kürze in kürze ich dachte gerade erst mal mit dass wir robben in der dritte liga werder bremen 2 gegen vfr allen in jürnberg stadium dieser lennie the cane mit ähm ich glaube 13 12 oder 13 toren eigentlich eine gute bilanz als offensiv der mittelfeld spieler vorlagen hatte auch irgendwie elf stück oder so oder mehr weiß gar nicht kann man nach dem spiel auch noch mal kommt wenn ich mich das merken kann so scheint heute im fokus zu stehen also auf geht's der müsste einwurf für uns sein hatte den wein nicht vergrüret noch hätten bei bewirret naja äh die spiegel super super wer alter renno man schießt doch wirklich weg wird muss ich noch drücken kommen wir selber wieder kommentieren musischen versprechen also klar man spielt man merkt schon erst in fünf minuten und wenn das spiel scheiße das ist halt wenn nichts passiert die durchs knöpfe das passiert einfach nichts und dann weißt du verlierst was war das für ein krummer schuss peinlich dass das ding wo rein im 13 Tore, äh, das hat er 13 Tore. Ja, der hat ja vorher zwölf gehabt. Einfach starker, äh, offensiver Mittelfeldspieler. Ja, ich konnte nicht passen, weil ich ständig das Absatz laufen wollte. Oh Gott, ich bin noch da. Schade. Hat ja nicht mal Vorurteil laufen lassen, da kommt noch der kurzen Pass. Macht ja nicht, okay. Ja, so. Wie so ein abstoßender Magnet, Alter. Kuckuck. Boah, wer ist Bewegung? Da muss man schon bald hingehen, Mensch. Das sind Grundlagen des Fußballs, Mann. Alter, der hat sich gut durchgedreht. Die Osman war ne. Boah, das ist natürlich schade. Hätten wir schon wieder gegönnen, ne? Den, 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 den Top-Tor-Räger hier. Den Spieler des Monats, ne? Also zumindest für den FIFA. Oh, der muss die Ecke gehen. Oh, der muss die Ecke gehen. Logische Flanke. Dann noch mal da noch ein paar Raden, ne? Das geht's besser, was? Ich hab den ja bekommen. Ich hab auf Angriff gedrückt, weil ich dachte, ich bekomm den nicht. Oh Gott. Ja, genau, mit der steht, noch mal rum. Scheiße. Ich hab schon gewundert, warum ich ihn in eine nicht kriege. Und dann hab ich gemerkt, dass es der Schiegel. Ich hab ihn in eine nicht kriege. Oh Gott, warum denn da hin? Ah Mann, Alter. Die gehen die Laufwege nicht, wie ich will. Schon wieder muss ich den Rückstand hinterherlaufen, ey. Du drückst dann genau so, dass der eigentlich zum Ball oder zum Spieler hinlaufen soll, und der läuft dann irgendwie so komisch dran vorbei. Meine Fresse, Alter. Könnte sich ja nur durchsetzen hier. Ich hab' den Ball auch gespielt, Alter. Fick dich, ey. Ey, wie ist es mir ver... Richtiger Hamburger, der Schiri, Alter. Ja. 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 Jetzt hat es nicht mehr, weil ich sich hier beenden kann. Ich bin ja auf. Ich bin zirftet. Ich bin zirftet. Ich bin zirftet. Ich bin zirftet. Ja. Ich bin zirftet. Schmutzig. Oh. Das ist nicht Ja. Ich bin zirftet. Also. Ich bin zirftet. Flanken haben die auch schon mal besser. Nein Mann, Trottel alter. Ja genau, den Hilder oder was ey. Ja sicher. Ja sicher. Ja sicher. Ja, leg dich noch hin, Alter. Wie kam der denn jetzt noch dazwischen, Alter? Ja. Ja sicher. 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 Ja. 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 mit der sattens tor auch gott er hatte freie kopfball schlechte kopfball alter es wird ja sehen eine wehre alle solche dinge wie die muss ich rein machen so verlegt das spiel ganz klar ja genau der steht genau vor dir du bist auf den hinteren spielen mann nein das wäre ja auch das gewesen boah alter das gibt es noch nicht ich mache das auch immer dafür zu eng ja mann alter als hätte er das gewusst dass ich das hinpasse ja ja Der erste Abfluss war so scheiße. Der zweite Abfluss war so scheiße. 21. Tor auch gut. Komm schon mit 10 gleich mit der. Der ist nur auf den Führungstreffer drängen. Aber jetzt spielen die Leute wieder besser. Ich führe das. Das war so klar. Alter, was ist das für ein Traumpass gewesen? Das war so schlimm. Meine Fresse. Oh, ich darf nicht vergessen, das Spiel gegen den Top-Len-Ersten, ne? Der Interventur. Ja, ist nun klar, dass wir sind nicht umsonst da oben. Meine Fresse, Alter. Oh, Gott, Alter, ich kriege den Ball nicht, ey, ich bin verrückt, ey. So, damit ist das Spiel raus. Unentschieden. Im Nachhinein muss man sich überlegen, dann hat das Spiel auch einen Sieger verdient gehabt, ne? Aber unentschieden in die Tabellen, erstens. Kann man machen. Obwohl er echt in Citroen gewesen wäre. Also, bei der Schockste Auswertung? Ich glaube schon. Oh, meine. Okay. Mm-hmm. Der hätte sitzen müssen. Es gab so viele Chancen, Alter. Die hätten drin sein müssen. Der hätte auch... Der ist ja schon drin sein müssen. Jo, weiter geht's. die ergebnisse der anderen partien meine ich natürlich so das war's dann noch mit dieser folge in Bremen fließt ein steter Strom vorbei am Weserstadion hier sind wir zu Haus hier geht's uns gut denn Werder zaubert siegt und lacht ja Werder ist die Fußballmacht im Norden und dem Rest der Republik wir sind Werder Bremen grün weiß das Emblem Werder der Meister von der Weser das Phänomen